Er kennt den Blick in die Sterne, drei Jahre lang Betreiber einer Sternwarte, heute Leiter des Pythagoras-Instituts in Dresden. Ich spreche heute mit Andreas Beutel, Autor und Physiker über heilige Geometrie, Herzöffnung und Bewusstseinsbildung. Liebe Andreas Beutel, herzlich willkommen bei uns im Studio bei Panther Ray. Danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Danke dir. Ja, also du hattest ja eine Sternwarte. In den 90er Jahren, für drei Jahre, hast du die Sternwarte betrieben, bist also bestens vertraut mit dem Blick, nach dem sich viele Leute sehnen. Nicht nur der Blick in die Sterne, sondern sich natürlich damit auch auszukennen. Also nach den Sternen greifen ist ja sozusagen alles, was mit Fame, mit dem ganz Großen, auch der Sehnsucht des Menschen zu tun hat. Wie war das? Wie hat dich das verändert, da immer wieder hochzuschauen und wirklich in das Letzte der Dinge, auch hinter das Letzte der Dinge zu blicken? Es verändert mich immer wieder. Oder es erinnert mich immer wieder an diese Schönheit oder die harmonische Ordnung, die überall da ist. Der Blick in die Sterne ist was ganz Besonderes. Ich habe das ganz oft erlebt, dass ich Menschen das gezeigt habe. Die schauen ins Teleskop rein und springen erst mal zurück, weil sie denken, das wusste ich gar nicht, dass das so ist. Es ist immer ein Unterschied, ob man ein Foto sieht in der Zeitung oder auf dem Computerbildschirm oder ob man mal live in ein Teleskop reinschaut. Und wenn man dann so Plejaden zum Beispiel anschaut oder irgendeinen anderen Sternenhaufen und sieht, wie das alles leuchtet, wie Kristalle und so, das bürürt Menschen ganz tief. Ich habe dann auch schon welche gehabt, ein paar Tage später. Und, kannst du dich noch daran erinnern, ja, das trägt mich wochenlang der Blick in die Sterne. Du hast ja einen Film gemacht, nicht Opus, sondern Epos.de, genau. Das war im Jahr 2010, wo es auch genau diesen Moment gibt, oder der wird da drin beschrieben, gleich im Intro, also der amerikanische Raumfahrt-Astronaut, der beschreibt, ich glaube Edgar Mitchell, der im Interview erzählt, wie es ihn überkam, als er aus diesem Fensterchen rausgeschaut hat, in die Sterne. Er hat die Sonne gesehen, er hat die Erde gesehen und verschiedene Planeten. Und plötzlich war es, als seien sämtliche Körperzellen sowohl als auch die Materie des Raumschiffs, als sei das alles aus einem Material oder aus einem Holz geschnitzt. Und es überkam ihn so einen riesigen Moment des Glücks. Also das ist ja schon fast mythisch. Kannst du das irgendwie nachvollziehen aus dieser Erfahrung mit der Sternwarte oder, also ist es was dann schon fast alltägliches oder ist es wirklich einer der wenigen Momente, die einem im Leben widerfahren, die man nie vergisst? Es ist einerseits ein Moment, den man nie vergisst, aber es ist ein Kern meiner Arbeit. Also ich versuche auf allen Wegen den Menschen genau diese Erfahrung wieder zu vermitteln, dass das Universum ein Schönes ist, ein Harmonisches ist und dass man eigentlich keine Angst haben muss, sondern dass man sich auch fallen lassen kann in das Universum und in die Schönheit, in die Größe und so weiter. Da sind wir ja jetzt schon sozusagen bei dem nächsten Schritt. Ich würde nochmal ganz kurz zurückkehren zu diesem Teleskop. Ja klar. Das ist ja auch in unserer Literaturgeschichte, Wissenschaftsgeschichte, Menschheitsgeschichte eigentlich so ein Urmoment. Also der Wissenschaftler, der Sternenforscher, ob jetzt in der griechischen Antike bis ins 19. Jahrhundert steht, in der Sternenwarte an diesem Gerät, das ja auch eine eigene Ästhetik hat und schaut da durch. Und wir kennen jetzt vielleicht den großen Wagen, die Cassiopeia und wissen, dass es da sowas wie die Plejaden gibt. Aber wie die dann genau aussehen in der Formation, weiß dann schon wieder, wissen die wenigsten, ja. Oder es kommt so der Mythos auf, die NASA hat das alles am Computer generiert oder so. Und wirklich das live zu schauen und zu sehen, nee, das ist tatsächlich so. Das ist ja auch nochmal was anderes. Gibt es da was wie so eine Tiefenschärfe oder ist es eher zweidimensional? Es ist zweidimensional. Aber wenn man die Planeten anschaut, dann sieht man die Bewegung. Und dann bei Planeten, das geht ja ganz schnell, also der Moment, wo die Menschheit das Teleskop hatte, war ja ein riesiger Sprung gewesen. Galileo hatte ein ganz einfaches Fernglas oder Teleskop und hat aber sofort die Monde, die Jupitermonde entdecken können, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Aber beim ersten Blick durchs Teleskop, wo wir heute sagen würden, es war wahrscheinlich gar nicht sehr wertvoll von der Blickschärfe oder sowas, aber es ist ganz leicht zu sehen. Und da sieht man dann wirklich von Tag zu Tag, wie die sich bewegen und kann dann ableiten, die Umlaufzeiten und so weiter. Und das sieht man sofort. Oder eben Mond, die Mondoberfläche, da ist es dann räumlich. Also da sieht man auch in den einzelnen Mondphasen, sagen wir mal Halbmond, dann steht ja in der Mitte der Schatten und dann steht aber von uns aus gesehen die Sonne halt ziemlich flach. Und dann sieht man die Schatten von den Bergen sehr schön, weil die sehr tief ist. Also der wirkt dann richtig plastisch. Vollmond ist gar nicht so spannend, weil das eben das Licht von oben drauf knallt. Und Halbmond ist schön, da gibt es dann eben die Schatten. Und dann gibt es so besondere Tage, das geht manchmal rum. Ah, heute ist Goldener Henkel zum Beispiel. Was ist das? Dann hast du einen Krater vom Mond, der liegt im Schatten, aber eine Bergkette leuchtet. Also der liegt direkt an der Grenze. Und wenn man das weiß, dann kann man dann gucken und dann sieht man so eben den goldenen Henkel. Das ist also eine Bergkette, die von der Sonne beleuchtet ist, so wie wenn du an den Alpen stehst und Sonne geht unter, dann leuchten nochmal die Berge. Aber das auf dem Mond. Und das ist schon natürlich mystisch sozusagen. Und dann kommt auch die Sehnsucht auch. Ich würde jetzt schon gerne mal da oben spazieren gehen oder eben stehen oder von nahem das Ganze anschauen. Und das ist ja auch der Ruf, der in uns Menschen drin ist, dass wir einerseits hier auf der Erde sind, aber dann doch, wenn wir da rausgucken, merken, oh, da ist so viel, das kann ja nicht alles sein, was wir hier erleben. Also der Mond ist ja recht vertraut, auch so für den normalen Zeitgenossen, der dann, wenn der Mond mal kurz nach dem Aufgang noch über dem Horizont steht, dann ist er ja oft wie ein Eidotter, ganz plastisch und man sieht eben so die Strukturen. Ich glaube, das kennt man. Aber die Sterne selbst in einer Vergrößerung sich heranzuholen, dieses Privileg haben ja eigentlich wenige Menschen. Gibt es was, was du wirklich konkret entdeckt hast für dich als Physiker? Für mich schon. Also eine kleine Präzisierung. Man kann die Sterne nicht vergrößern. Also egal, wie sehr ich sie vergrößere, es bleiben immer Punkte. Die sind so weit weg, dass sie immer punktförmig bleiben. Aber es gibt so Sachen, Momente, die besonders schöne sind oder die interessant sind. Oder auch, wo man eben ja nachprüfen kann, was ist denn wahr am offiziellen Narrativ oder was ist denn das, was ich mit den Monden beschrieben habe zum Beispiel. Das ist ein Moment, den man eben selber erleben muss und sagt, ah, so hat sich Galileo gefühlt, wenn du das erste Mal die Monde siehst. Oder wenn man länger beobachtet zum Beispiel den Saturn, da kennt auch jeder dieses Bild. Der Saturn ist halt der Planet und dann der Ring und der wandelt sich aber auch. Und es gab mal eine Phase, da stand der genau, oder die Erde war eben genau auf der Ebene der Ringe. Und da hat man die Ringe nicht mehr gesehen, sondern nur noch einen schwarzen Strich auf der Oberfläche. Solche Feinheiten und dann eben zu sehen, wie der nach oben klappt, dann klappt er wieder nach unten. Oder was mich auch, hat ein bisschen gedauert, mal die ISS zum Beispiel zu fotografieren. Also die internationale Space Station. Wie sieht sie denn aus? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, man sieht sie, es gibt Internetseiten, wo das steht, wann sie wo vorbeikommen. Dann sieht man sie als hellen Punkt über den Himmel rasen, das ist ziemlich schwierig. Aber es gibt eine Seite, wo man ausrechnen kann, wann die vor der Sonne vorbeifliegt. Und dann nimmst du die Sonne als Ziel und musst halt, das musst du auf die Sekunde schauen, weil du nur eine Sekunde Zeit hast. Und dann fotografierst du die Zeit, wo die ISS vor der Sonne langfliegt und dann hast du den Schatten. Und ich hatte es wirklich drauf, also den Körper der ISS, die Solarzellen und so weiter. Kann man alles bei mir auf Instagram sehen. Das macht dann so einen Wusch. Naja, wenn man schnell fotografiert, wenn man eine kurze Belichtungszeit hat, hat man wirklich das Bild. Spannend. Also ja, dann sollte ich das nächste Mal bald in der Sternenwarte gucken. Vielleicht kriegt man diesen Moment. Also es geht da schon auch um die harmonische Ordnung des Universums. Das ist ja das, was einem dann sozusagen, das hätte ich mir jetzt vorgestellt, dass du sagst, da gibt es eine Ordnung da oben. Oder ist es ein Chaos? Also ich spreche jetzt natürlich von dem Filmtitel, der auch auf Pantherain natürlich dann zu sehen ist, der Film von 2011, die harmonische Ordnung des Universums. Ist es wirklich konkret mit dem Auge zu erblicken oder ist es erstmal ein Chaos, in das dann quasi durch die Betrachtung und die Interpretation die Ordnung kommt? Naja, in der ersten Ehrung ist es jetzt vielleicht keine Ordnung, beziehungsweise es berührt etwas in uns. Und etwas, wo man sagt, da muss doch ein Sinn dahinter sein. Wie wenn du eine Blumenwiese anschaust und sagst, so was Schönes, das kann doch nicht reiner Selbstzweck sein. Oder das ist vielleicht auch nicht vereinbar mit diesem Knall-Peng- und Puff-Universum. Also wo wir sagen, es hat mit einem Urknall begonnen und die Sterne, die knallen zusammen und dann gibt es Explosionen und so was. Und da gibt es sicher eine ganz andere Ordnung. Und da kommen die Menschen eben nach und nach dahin, das zu verstehen und zu erkennen. Und es gibt auch Sachen, die wir in unserer Wohnung und in unserem Stadtleben gar nicht so mitbekommen. Aber wenn du auf dem Feld lebst, sagen wir mal, durch die Lande wandelst und den Himmel beobachtest, gibt es Phänomene. Und wenn du ein bisschen aufzeichnest, wo du ganz schnell hinkommst, da ist ja tatsächlich, da muss eine Ordnung sein. Also mal ganz simpel, die Planeten bewegen sich halt in einer Richtung und aller bestimmter Zeiträume machen sie eine Rückwärtsbewegung. Wenn dann die Erde meinetwegen die Venus oder den Merkur überholt, dann werden die rückläufig. Das wissen manche, ah, Merkur ist rückläufig, da sollte ich nichts planen oder so, weil das geht immer schief. Die Astrologen dann, ja. Die Astrologen sagen das, genau. Und wenn du jetzt aber Tagebuch führst und sagst, ah, Merkur ist rückläufig und du siehst ihn vor dem und dem Sternbild. Wo passiert das gerade? Und dann sammelst du die Zeit, wann es das nächste Mal ist, dann ist es meinetwegen hier, dann hier, dann hier. Und nach acht Jahren ist es wieder an der gleichen Stelle, diese Rückläufigkeit des Merkur. Und dazwischen hat er aber fünf Positionen gemacht. Ja, das ist ja das, was wir in diesem Film Epos D, darf ich kurz unterbrechen, auch sehen. Ja, also man hat da, um es jetzt für die Zuschauer begreiflich zu machen, man hat also ein Schaubild mit einer Software erstellt, mit den verschiedenen Positionen. Und zwar zum Beispiel von Erde und Venus und hat diese mit einer Linie verbunden. Genau, ich muss korrigieren, das war die Venus, nicht der Merkur in dem Fall. Ich glaube, es war sogar beides, also wir hatten beide recht. Und aus dieser Verfolgung durch den Computer generiert, über einen Zeitraum von sechs bis acht Jahren, wie sich diese Planetenachse quasi bewegt, entsteht dann eine Art von Blumenmuster oder Formation. Genau, das war der Hartmut Warm, der auch in dem Film dabei ist, der ganz viel gemacht hat, diese Planetenharmonien ausgerechnet hat, hat auch ein Buch darüber geschrieben, die Signatur der Sphären. Und der Mythos der Harmonie des Universums, der ist ja uralt. Ich habe das Pythagoras-Institut und Pythagoras hat das ja vor zweieinhalbtausend Jahren schon gesagt oder es wurde ihm nachgesagt, dass er die Harmonie der Sphären hören konnte. Also die Bewegung der Planeten, dass es Geräusche macht oder einen Klang. Und das hat ganz viele Forscher inspiriert. Holst hat eine Symphonie über die Planeten geschrieben, Mike Oldfield hat es mal vertont und so. Also in der Musik kommt das ganz oft vor. Und da gibt es halt in der heutigen Zeit viele, die das, sagen wir mal, eine Stufe weitergeführt haben, wie der Hans Cousteau oder eben der Hartmut Warm und der letzten Zeit, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber der hatte nochmal das noch verfeinert, also die Harmonie des Universums. Also wie du richtig sagst, es ist überall irgendwo auch mit enthalten, gerade in der Dichtung ist es lange auch sozusagen am längsten konserviert. Habe ich jetzt auch aus euren Filmen gelernt, in der Dichtung kommt es ja immer wieder vor, bei Goethe und so weiter. Ich habe es persönlich kennengelernt durch das wohltemperierte Klavier von Bach. Ich habe es viel gespielt, jetzt nicht alles durch, aber da wird ja die chromatische Tonleiter auch quasi verwandt, um die Stücke, die er geschrieben hat, in eine gewisse Ordnung zu bringen. Und dann natürlich auch die einzelnen Tonarten durchzuspielen, also Durm, Moll und so weiter. Vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, was da eigentlich passiert. Wir Menschen, das geht auch auf Pythagoras zurück, dass wir merken, bei bestimmten Intervallen von Musik haben wir bestimmte Empfindungen. Also die Oktave, der achte Ton auf unserer Tonleiter, hat halt die gleiche Empfindung. Da sagt man, das ist eine Wiederholung, nur auf einer höheren Ebene. Dann gibt es die Quinte, dann gibt es die Quarte und noch ein paar andere. Also die Quinte, der fünfte Ton und die Quarte, der vierte Ton, die haben bestimmte Zahlenverhältnisse. Und jetzt ist die Frage, wie sortiere ich die auf einer Tonleiter oder auf einer Klaviatur? Und da sind wir aber genau bei dieser harmonischen Ordnung, weil die innere Struktur von den Klaviertasten, aus schwarzen und weißen Tasten, das ist ja nicht zufällig. Das hat sich auch nicht irgendeiner ausgedacht, sondern das hat sozusagen die Musik den Menschen erzählt. So, die haben versucht, das zu sortieren und dann kam man eben zu dieser inneren Ordnung rein. Und dann haben die Komponisten wiederum die innere Ordnung genommen als Werkzeug, um daraus etwas zu machen. Also um das, was sie wieder empfinden, auszudrücken. Und der Schritt zur chromatischen Tonleiter war ein besonderer Schritt, weil wir uns da wiederum gelöst haben von der reinen harmonischen Stimmung. Die hat ein paar, sie hat ganz viele Vorteile, weil sie sehr klar und sehr sauber klingt und auch warm. Aber sie hat den Nachteil, ich kann nicht beliebig transponieren, also umsetzen in die nächste Tonart. Oder zwei Instrumente zusammenzuspielen, ist nicht so ganz einfach. Ja, ich erkläre das ganz kurz für die Zuschauer, kurz einhaken, dann sprechen wir weiter. Also es gibt ja verschiedene Prinzipien in der Musikgeschichte. Einmal die Polyphonie und einmal die harmonische Ordnung. Und bei den Harmonien ist es so, dass man quasi in Dreiklängen denkt. Also es finden gleichzeitig drei bis vier bis fünf Töne statt, die einem harmonischen Ordnungsprinzip gehorchen und die dann einfach einen Wohlklang erzeugen, und zwar gleichzeitig. Während die Polyphonie von verschiedenen melodischen Linien ausgeht, die man quasi nebeneinander so parallel setzt, dass es dann wiederum Wohlklänge und auch natürlich Spannungsverhältnisse ergibt, um es jetzt mal so kurz zusammenzufassen. Und darüber, an dieses beides anknüpfen, also den Kontrapunkt, man setzt bestimmte Punkte gegeneinander in der Polyphonie und auf der anderen Seite die Harmonik. Dagegen hat dann Bach eben eine Art von Denkmal gesetzt, musikalisch, mit seinem wohltemperierten Klavier. Genau, und die chromatische Tonleiter, also in der Geometrie gibt es eine Frage, die relativ oft auftaucht. Wir werden ja nochmal über den goldenen Schnitt reden und über die bestimmten Maße, wo man zwar sagt, der Mensch ist so groß, die Armspannweite und das und das und das. Und dann stellt man aber fest, im normalen Leben ist es eben nicht hundertprozentig so. Also die Abweichung gehört eben immer dazu. So ganz banal, unsere Hände sind nicht gleich groß oder unsere Füße sind nicht gleich groß. Wenn du Schuhe kaufen gehst, weißt du immer, du musst den Fuß nehmen, weil der ist größer als der andere. Und wenn der passt, dann passt der auch und so weiter. Ja, also die Abweichung ist immer ganz essentiell. Das ist nicht so ganz hart, die Geometrie bildet den Rahmen, aber dann im Leben kommt eben das Abweichende dazu. Und bei der Musik ist es eben auch so. Man kann sieben Oktaven übereinander stapeln und 13 Quinten. Dann kommt man eben nicht genau an der gleichen Stelle raus, an fast der gleichen Stelle. Und das ist verlockend, das zu machen sozusagen, aber es geht nicht. Und dann hat man eben den Trick gemacht, okay, den Fehler, den wir dann haben, den verteilen wir einfach gleichmäßig auf alle Töne. Und dadurch, das Gehör hört sich das zurecht, die meisten merken das nicht. Aber dadurch haben wir eben die Möglichkeit, Polyphon zu spielen, mehrere Melodielinien parallel laufen zu lassen, sich wieder zu begegnen, wieder auseinander zu führen. Und das ist so, als würdest du dem Maler in völlig neuen Farbkasten hinlegen. Und das haben die Musiker damals in dieser Zeit entwickelt. Und das ist was sehr Schönes. Und interessant ist, dass die meisten Menschen so die Musik als gegeben nehmen. Wenn ich mich mit Musikern unterhalte, die können Klavier spielen, aber die wissen nichts über die Harmonik dahinter. Und dass man auch mal zurückgehen kann zu der reinen Stimmung. Für manche Anwendung ist die reine Stimmung viel, viel schöner oder wärmer als die chromatische Tonleiter zum Beispiel. Also das ist nochmal ein eigenes Thema mit der reinen Stimmung. Das machen wir gleich. Ich finde, das ist nochmal wichtig, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, hier so ein ganz rationaler Mensch, wenn der hört, die Musik hat es ihm erzählt, der wird dann sagen, also Moment, der hat ja hier einen Farbkasten oder einen Baukasten, der schreibt seine Musik, der hat eine Melodie im Kopf und das komponiert er dann durch. Also das ist ja ganz nachvollziehbar, da möchte ich jetzt nichts dazu dichten. Und deswegen haben wir jetzt hier auch ein paar Anschauungsinstrumente dabei. Also du hast uns was mitgebracht. Vielleicht magst du uns das mal anhand dieses Zirkels zeigen, der den goldenen Schnitt ja auch ganz schön nochmal sozusagen verbildlicht. Genau, also einfach mal ein Prinzip aus der Geometrie. Das ist ein Zirkel. Also da steht drauf für die Zuschauer der goldene Zirkel. Ich zeige es noch kurz hier. Der goldene Zirkel hat Andreas Beutel mitgebracht. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie der goldene Schnitt funktioniert anhand dieses Zirkels. Der goldene Schnitt teilt eine Strecke immer an dem harmonischsten Maß sozusagen. Und dieser Zirkel, das ist auch ein altes Instrument. Ich habe dann nur nochmal überlegt, wie müsste der aussehen, wenn ich den gestalten würde, dass er harmonisch aussieht. Und dann ist dieses Design rausgekommen. Und egal, wie groß ich den mache, er zeigt mir eben immer, wo der goldene Schnitt ist. Also dieses Verhältnis, ist das 3 zu 2? Das ist sozusagen ein langer Strecke, jetzt so kurz. Nein, das ist nicht. Wie ist das zahlenmäßig? 0,618. Okay, zeig mal kurz. Nahe an zwei Drittel. Wir hatten das vorhin mit der Elle im Vorgespräch. Genau. Kann man das mal kurz vielleicht kurz zeigen? Muss ich kurz gucken. Also ein ganz markantes Beispiel, ich zeige, wie lang mein Arm ist und dann ist hier der goldene Schnitt. Und das ist genau das Maß, wo das Handgelenk zum Beispiel sitzt. Ja, oder wenn wir das kleiner machen, ich stelle es jetzt ein auf die Länge meiner Hand. Ja, dann funktioniert es nicht. Muss ich es andersrum machen? Und dann sehen wir, wo hier der Knochen sitzt, also wo der Mittelfinger abbiegt. Die Finger untereinander haben wieder das Verhältnis des goldenen Schnittes. Also wenn wir zum Beispiel hier die einzelnen Gelenke anschauen, ein bisschen größer machen, da, das ist dieser Knochen, das ist dieser Knochen. Das ist ja fast hundertprozentig präzise an der Stelle, ja. Oder eben das Gesicht, also von Kinn bis Haaransatz, dann sind die Augen der goldene Schnitt zum Beispiel. Oder Frauen, die Wimpern, das ist ja eine eigene Wissenschaft, aber wenn du die Wimpern anguckst, die gehen hier rüber und dann machen sie so ein... Die Augenbräu. Augenbräu, richtig. Genau, sie machen einen Knick und wenn du die Breite nimmst, hier an dieser Stelle, wo der Knick ist, das ist auch wieder goldener Schnitt. Da gibt es dann wieder fürs Schminken und für das Microblading Mini-Circle, die irgendjemand entwickelt hat, wo man das genau ausmesst und Schablonen und so. Aber immer goldener Schnitt oder Zähne, goldener Schnitt oder Körpergröße im Nabel ist, Körpergröße im goldenen Schnitt geteilt ist der Nabel. Ganz einfach, wenn jemand 1,60, 1,65 groß ist, dann braucht er bloß Nabelmessen und dann kommen wir bei einem Meter raus. Also sehr schön, vielen Dank fürs Mitbringen, das war jetzt ein ganz tolles Anschauungsinstrument. Und es gibt ja auch diesen Buchtitel von Johannes Kepler, Harmonitius Mundi, in dem er das auch beschreibt. Also das ist ja quasi die gesamte Welt in ihren harmonischen und auch Zahlenstrukturen zueinander gestellt. Das ist ein gutes Beispiel, Johannes Kepler, weil er hat sich eben auf die Suche gemacht nach dieser Harmonie. Oder er war auch regelrecht also berührt davon. Das ganze Buch, die Weltharmonik, ist ein Werk, wo er eben den Kosmos untersucht. Und er hat genau auch das gemacht. Er hat versucht, die Planeten zu vertonen. Und die Kepler'schen Gesetze sind da auch drin. Das sind aber dann nur zwei Zeilen. Die heutige Wissenschaft nimmt so die Kepler'schen Gesetze raus. Aber diese geniale Erkenntnis, wie die Bewegungsgesetze sind, die hat er nur durch harmonikale Überlegungen gefunden. Und das ist schon besonders. Er hat auch geometrische Körper gefunden. Also in der Geometrie gibt es fünf Grundkörper. Das sind die platonischen Körper. Sagt der Name schon, da steckt Platon drin. Also vor 2500 Jahren waren die schon bekannt. Nur früher hat man halt Bücher, sagen wir mal, alle 80 oder 100 Jahre abgeschrieben, weil sie dann verfallen sind. Und dementsprechend, ob sie damals Zeichnungen hatten, wissen wir nicht. Wir haben immer nur die Texte von damals. Und Johannes Kepler hat aber die Planeten, also einmal, Entschuldigung, die platonischen Körper aufgeschrieben und hat sie aber auch gezeichnet. Und es gab eine Zuordnung der fünf Elemente, Feuer, Erde, Wasser, Luft, Äther oder Kosmos, zu den fünf Körpern. Und dann hat er die auch gezeichnet und gezeigt eben, das Element ist Erde und dann hat er einen Baum reingemalt und eine Rübe und sowas. Also dieses harmonikale Denken, das ist viel, viel umfassender, als wir das heute kennen oder nutzen. Aber das ist das, was ich vorhin auch sagte, dass eben die Musiker das inspiriert hat und die Wissenschaftler inspiriert hat. Da könnten wir jetzt noch ganz viel weiter drüber sprechen. Aber für mich ist auch jetzt spannend, wie ist es bei dir in deinem Lebenslauf sozusagen gekommen, dass du als Leiter oder Betreiber einer Sternwarte dann dich plötzlich umorientiert hast und diesen Moment hattest, wo du gesagt hast, ich möchte jetzt was ganz anderes tun. Also da gibt es ja so einen Schlüsselmoment in deinem Leben. Was war das genau? Was hat sich dazu gebracht? Und es war ja bestimmt auch motiviert von dieser Beschäftigung mit der harmonischen Ordnung. Das ist erst später dazu gekommen. Also ich habe Industrieelektroniker gelernt und gedacht, ich mache eher so einen rationalen Weg. Und dann war es tatsächlich relativ banal oder einfach, die Liebe hat mich auf einen anderen Weg geführt. Ich habe eine Frau angeschaut und das hat etwas in mir ausgelöst und das Herz geöffnet. Und dann bin ich dem Herzen mehr gefolgt und habe, sagen wir mal, mehr das Vertrauen zu mir gefunden. Und ein Aspekt war davon eben, dass ich zu Ardenne gegangen bin, das Institut, was es in Dresden gab, und gefragt habe, da steht eine Sternwarte an der Straße und wir waren in der Schulzeit auch da, kam man da mal rein und die haben gesagt, nee, wir haben jetzt niemanden, aber wenn sie wollen, können sie die Sternwarte haben. Und dann bin ich zu dieser Sternwarte gekommen und habe dann eben angefangen, damit zu beobachten. Und darüber gelernt, dann habe ich angefangen, Physik zu studieren und dann begann sozusagen der Weg. Und da parallel dazu ging es eben dann tiefer in die harmonische Struktur. Dann bin ich auf die heilige Geometrie gestoßen, auf Drunvalo Melchisedeck, die Blume des Lebens, und habe dann, sagen wir mal, verstanden, was eigentlich viel, viel tiefer drin ist. Am Anfang habe ich dann angefangen, Vorträge zu machen in der Sternwarte, also Führungen für die Menschen. Und ein Stück weit ist man dann den Wissenschaftlern sozusagen ausgeliefert. Oder man ist auch ein Repetitor, also ein Wiederholer von vorgegebenen Sachen. Und dann beobachtet man sich selber und hört, wie man sagt, ja, der Komet ist ein schmutziger Schneeball, der durchs All fließt, fliegt zum Beispiel. Und später lernt man dann, warum sagst du das eigentlich? Hast du es jemals überprüft? Gibt es andere Meinungen? Oder, oder, oder. Und dann heute zum Beispiel das elektrische Universum ist ein sehr spannendes Thema. Und das kann man dann eben auch wieder nachprüfen. Wenn man den Komet sieht, gibt es zwei Schweife sozusagen, den gebogenen Schweife, den geraden Schweife. Und das hängt wieder mit der Ionisierung zusammen. Und dann kann man was ablesen über das, wie es da draußen aussieht. Und also die Sternwarte hat mich einfach zum Reden geführt oder zu den Vorträgen. Und aber auch parallel dann die Berührung mit dem harmonischen Universum war alles ein Prozess. Wie man so ein, ja, am Anfang ahnt man nicht, wie lebensverändernd dieser Moment ist. Und heute lebe ich immer noch von diesem einen Moment. Also von dem, was ich da gesehen habe oder geahnt habe. Und dann versuche ich das immer wieder zu zeigen. Um andere Menschen auch zu berühren und ihnen eben zu sagen, das, was ich erfahren habe, ist, das Universum will dir nichts Böses. Du kannst dich dem Universum anvertrauen und da kommt ganz viel zurück und ganz viel Schönheit. Also das ist ja, da sind wir wieder beim Samadhi-Moment, dieses Astronauten in dem Film. Genau, jetzt haben wir hier ja, wenn wir gerade von der Lebensblume gesprochen haben, nicht jedem ist die Lebensblume vertraut. Sag ich einfach mal. Auch wenn sie viele schon kennen, ich nehme dies jetzt mal kurz in die Hand, weil das ist ja quasi das Zweidimensionale, was du mitgebracht hast. Und deshalb, glaube ich, haben schon viele gesehen, was ich nicht wusste. In einem der Filme über die Cheops-Pyramide ist ja tatsächlich genau dieses Muster auf mehrere tausend Jahre vor Christus zurückgehenden Steinen zu sehen. Und das würde ich jetzt gerne von dir erklärt bekommen, weil das weiß ich auch noch nicht so lange, dass wenn man das dreidimensional denkt, dass sich dann etwas heraus ergibt. Ich darf es mal kurz, du hast es mir ja vorhin schon gezeigt, etwas ergibt wie das hier, also ein sogenanntes Torusfeld. Wie komme ich jetzt von dem, der Lebensblume, auf das hier? Das ist ganz eigentlich einfach. Also wenn wir die Blume des Lebens anschauen, sie besteht ja aus Kreisen und du kannst aber den Kreis immer auch als Kugel denken. Dass es also Bewusstseinssphären sind, die sich entwickeln. Und die Blume des Lebens beschreibt sozusagen, wie eine Welt geschaffen werden kann, in der wir jetzt leben. Also was ist die Grundlage hinter unserer Welt? Ja, für die Zuschauer zu Hause, die können diesen Film schauen oder jeden beliebigen anderen Film schauen, weil sie einen Bildschirm haben. Und dieser Bildschirm besteht aus lauter Pixeln. Das ist so die Hintergrundmatrix. Und normal denkt man, das ist Zufall, die Bäume, die Tiere und so weiter. Und wenn man sich mit Geometrie beschäftigt, kommt man eben, huch, das ist ja das gleiche Maß. Eben goldener Schnitt oder die Proportionen, was es da alles gibt. Und dann sieht man, da muss es ein Feld dahinter geben. Und dann kommt man eben zu der Blume des Lebens, weil man dort ganz viele Sachen drinnen finden kann. Und das ist jetzt, das ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Aber das Bewusstsein ist das, was hinter allem steht. Also nicht Materie entwickelt sich irgendwie und kommt dann zu Bewusstsein, sondern erst ist Bewusstsein da. Und Bewusstsein schafft Materie, um zu probieren, zu leben, zu erfahren oder so. Und dieses Bewusstsein legt als erstes eben mal einen Raum fest. Also er schafft eine Kugel. Und das kann man sich auch vorstellen. Also wir sitzen da da mit dem Zirkel und zeichnen einen Kreis. Aber du könntest dir eben auch vorstellen, Bewusstsein tanzt um sich selber, um seine eigene Achse. Bleiben wir mal ganz konkret wirklich für jemanden, der jetzt nicht in die Meta-Ebene geht. Das ist der allererste Kreis. Also der allererste Kreis in der Mitte, das ist ja ein Schöpfungsmoment. Also du hast ein Blatt Papier vor dir, das ist weiß, hat keine Richtung, keine Struktur. Und in dem Moment, wo du dich entscheidest, da etwas zu tun, nimmst du den Zirkel, stichst ein. Der Punkt, wo der Zirkel ansetzt, ist der Nabel. Und das Öffnen des Zirkels ist, wir erschaffen einen Raum. In dem Moment trenne ich zwischen außen und innen. Richtig, ja. Ja, und das ist der erste Kreis, den wir hier zeichnen. Und was, sagen wir, jedes Kind kennt diese Erfahrung. Wir gehen von dem ersten Kreis an die Oberfläche und stechen nochmal ein und zeichnen wieder einen Kreis. In der Geometrie würden wir sagen, das ist der erste Tag. Also es gibt sozusagen eine Vorschöpfung und dann beginnt die Tageszählung. Und der erste Tag ist also diese zwei Kreise. Und die zwei sich überlappenden Kreise erschaffen die Geometrie des Lichtes. Die erschaffen die Geometrie des Auges. Das ist das, was, wenn sich zwei Kreise überlappen, das dann quasi da so dein Auge überbleibt. Genau, also die Fischblase, diese Linse, die man hier sieht, die nennen wir Fischblase. Und die entsteht sozusagen, das Besondere an der Geometrie ist, ich darf nichts von außen einbringen, sondern so ähnlich wie bei der Musik, die Geometrie erzählt mir. Ich würde sagen, es entwickelt sich das eine aus dem anderen. Ja, also dass man sieht, was ist denn die innere Struktur von der Geometrie. Und dann erkennt A, die Fischblase als Linse, zum Beispiel eben Bezug zum Licht. Und dann macht man den nächsten Schritt, man geht zu dem nächsten Schnittpunkt und interessiert sich für den. Dann kommt wieder ein neuer Muster. Und so geht man einmal ringsherum und hat also einen Kreis in der Mitte und sechs Kreise drumherum. Die ganz einfache Zirkelblume. Aber wenn du das dreidimensional denkst und du sagst, jeder Kreis ist eine Kugel, dann haben wir eine Kugel, die hier um die Mitte herum sich bewegt. Und die Frage ist, welche Form entsteht, wenn eine Kugel sich um einen Mittelpunkt sozusagen herum bewegt. Und dann kommen wir bei dem Torus raus. Okay, und das fand ich jetzt auch irgendwie toll, weil es wusste ich ja gar nicht, dass sozusagen, jetzt muss man das nochmal ausprobieren, wie war das nochmal hier mit dem Arm? Die Hände aufeinander und gegeneinander verdrehen. So, mach du das mal. Also man kann den, das Schöne an dem Modell ist, dass man für die Tasche mitnehmen kann, bitteschön. Sehr gut, ja, aber genau diese Fingerfertigkeit, das ist wahrscheinlich auch wie mit allem anderen, was du jetzt beschrieben hast, man muss es mal gemacht haben. Man muss es in die Hand nehmen, also man lernt auch viel über das Begreifen. Genau, und das ist ja sozusagen wie bei einer Pflanze, die sozusagen ihre Stoffwechselprozesse hat. Richtig, ja. Bei einem Menschen, dass immer dieses Ding, so, das fand ich jetzt so toll, dass das genau so funktioniert. Ja, genau. Also da sehen wir auch eine besondere Eigenschaft des Torus. Er kann sich so in sich drehen. Also die Form des Toruses dreht sich immer so. Und wenn wir jetzt bei der Blume bleiben, also so gehalten, die Kugel geht an die Oberfläche und bewegt sich dann einmal um die Mitte herum. Und das ist eben interessanterweise die Form eines Magnetfeldes. Und das kann ein kleiner Stabmagnet sein, das kann aber auch das Erdmagnetfeld sein. Oder das Magnetfeld der Sonne. Wo wir dann auch lernen an den kleinen Formen, wie es im Großen außen ist. Oder es ist die Form eines Apfels. Hier der Stiel, da die Blüte. Und in der Waagerechten, wenn du den Apfel anschaust, das habe ich in ganz vielen Vorträgen und Filmen immer gezeigt, dann findest du eben ein Fünfstern, wie die Samen angeordnet sind. Oder im Großen ist es das Feld der Sonne und dann ist hier nicht Samen, sondern Planeten, die da drin sind. Also wenn man Apfel aufschneidet, quer hat man auch fünf Kernhäuser. Da gibt es dieses Kinderlied in einem kleinen Apfel, da sieht es gar lustig aus und so weiter. Genau. Fünf Stübchen in einem grünen Haus. Ja, richtig, genau. Und das ist aber eben auch Wuchsform von Früchten, aber von dem Baum selber auch. Er nimmt die Stoffe aus der Erde auf, führt die im Stamm nach oben. Das geht dann in die Blätter, Blüten, Früchte, die fallen runter. Ja, jetzt Herbst fällt alles wieder nach unten und das kreist dann die ganze Zeit in diesem. Aber es gibt auch immer die Gegenbewegung. Der Baum setzt Stoffe mit der Photosynthese um und liefert Zucker an die Bakterien, die ihm dann wieder Mineralien liefern. Also haben wir immer die Bewegung und wir haben die Bewegung. Und das ist die Form eines beliebigen Magnetfeldes. Und wenn das für jemanden zu abstrakt ist, ich versuche immer zu zeigen, es gibt das Informationsfeld und es gibt das Feld auf der, oder die Wirkung auf der materiellen Ebene. Wir haben das gerade an deinem Arm gesehen, der kann sich ja in sich drehen, dieser Torus. Und wir können nicht sagen, was außen und was innen ist. Also jetzt ist das außen und das ist innen, aber wenn ich das sozusagen drehe, ist das, was innen war, jetzt außen und das andere ist nach innen gewandert. Und das ist dann eine Oberfläche. Und jetzt schauen wir den menschlichen Körper an. Wir haben gesagt, also wir haben auch ein Torusfeld, wir haben so eine Energieröhre, da gibt es oben einen Wirbel und unten einen Wirbel. Aber rein von dem Körper, das ist außen, sind wir uns einig. Dann geht das zum Mund und geht durch den Verdauungstrakt und kommt unten wieder raus. Und dann laufen wir letzten Endes genauso als Torus durch die Welt. Und das ist der Mund und das ist der After. Und dann formt sich das halt anders bei dem Fleischfresser als beim Pflanzenfresser anders. Also die Tiere sind genauso gebaut, aber wir sind letzten Endes alles Torusse. Es geht ja um Stoffwechsel, wenn es um Leben geht. Und sozusagen dieser Strom, die Verwandlung von Stoffen, Elementen, was auch immer, da standfindet als Teil oder als Definition von Leben, ist eben in diesem Ordnungsmuster sozusagen. Beziehungsweise, man könnte auch sagen, in dem Innersten lösen sich alle Polaritäten auf. Und das ist genau das, was in der Verdauung passiert. Wir führen irgendwelche Stoffe zu, innen gehen sie in den völligen Auflösungszustand. Der Körper nimmt sich raus, was er braucht und scheidet aus, was er nicht braucht. Und es geht eben genau durch die Mitte von diesem Torus hindurch. Was hat das jetzt alles mit dem Herz zu tun? Es muss ja was damit zu tun haben, sonst wärst du nicht Herzöffnungsexperte. Das Herz ist torusförmig. Das Herz hat das stärkste Energiefeld, was unsere Organe haben. Es hat ein magnetisches Feld, ist 1000 bis 5000 Mal stärker als das Feld des Gehirns. Also ich muss mal ganz kurz, ganz Entschuldigung, einhaken. Ich habe ja eine Ausbildung im Tao-Yoga und da gibt es im menschlichen Körper drei große Energiezentren. Im Tao-Yoga sagt man also der Kristallpalast. Da wird es dann bildlich immer so dargestellt wie so eine Art Bergkristall im Inneren des Gehirns. Ja, also das ist sozusagen das geistige Zentrum. Wir haben hier das Herzzentrum und das zweite Chakra, also das Sakrum sozusagen, das heilige Bein. Das sagt ja auch schon alles. Da sozusagen auch die Sexualität als eine der großen Kräfte, die den Menschen auch bewegen. Diese drei Kräfte nebeneinander. Und ist es jetzt wirklich so, wie du sagst, vielleicht kannst du das uns anhand von Zahlen auch nochmal ein bisschen vergegenwärtigen, dass wirklich das Herz fällt, wenn man so will, oder eben diese Kraft die stärkste ist. Das kann ich. Ganz einfach, du kannst in den beliebigen Laden gehen, also jetzt Sportgeschäfte oder auch zu irgendeinem anderen, und ein Herzfrequenzmesser kaufen. So ein Pulsmesser gibt es heute für 10 oder 15 Euro, weil das so einfach ist, weil das Herzfeld so stark ist. Aber die Gehirnwellen zu messen, das ist ein Tausendstel davon. Das ist nicht so ganz leicht zu messen, weil man da ganz viel abschirmen muss und sowas. Das ist nicht so einfach. Aber das Herz ist so stark, das kriegt man sofort hin. Also auch in einem normalen Zustand, weil es geht ja auch darum, wie aktiviere ich dieses Zentrum. Also wenn ich jetzt einen meditierenden Yogi habe, der das auch geübt hat und dessen Gehirnströme messe, oder Hirnströme messe, dann ist es bestimmt ein anderes Bild. Ist ja logisch, als wenn jemand... Also das eine ist der Puls selber. Ganz viele Sportler nutzen das für ihr Training, dass man erstmal merkt, wie schlägt das Herz. Aber dann ist interessanter die Herzratenvariabilität. Also wie flexibel ist das Herz, wie reagiert es auf Gefühle oder auf äußere Impulse, dass es mal schneller oder langsamer schlägt. Und da gibt es eigene Messgeräte, wo man eben sehen kann, dein Herz geht jetzt gerade auf oder es geht nicht auf. Aber wir sind ja immer noch bei der Frage, was das Herz mit der Geometrie zu tun hat. Richtig. Und also das Herz hat ein Feld, das ist torusförmig. Und das hat ungefähr neun Meter Durchmesser, dieses Feld. Das heißt, wir sehen uns von Ferne und dann durchdringen sich unsere Felder schon, noch ehe wir ein Wort gewechselt haben. Und das Interessante ist, deine Schwingungen lassen sich in meinem Herzfeld messen, genauso wie meine Schwingungen in deinem oder mit jedem beliebigen anderen Menschen. Also wir kommunizieren auf dieser Ebene des Herzens und der Herzfelder ganz schnell. Das haben Wissenschaftler herausgefunden. Und das gemessen, die Impulse gemessen und auch die Übertragung von Bewusstseinszuständen von einem zum anderen. Ich muss mal kurz sagen, das haben Wissenschaftler herausgefunden. Das ist ein Totschlagargument, ich weiß, ja. Das ist auch ein sehr volatiler Satz, also der ist sehr dehnbar. Aber wir lassen ihn jetzt einfach mal so stehen, denn es geht ja mehr um die Inhalte und das, was uns hier wirklich interessiert. Also ich komme noch mal damit. Also wir haben diese drei starken Energiezentren oder eben auch Kraftpole im menschlichen Körper. Und wir wissen alle, wenn man sich mal sozusagen selbstkritisch beobachtet, hinterfragt, was treibt mich als Mensch, was steuert mich, sind es meine Gedanken, sind es meine Gefühle oder es ist sozusagen das Körperliche. Der Trieb, nicht umsonst die Determination durch den Trieb ist ein wichtiger Begriff. Wenn man auf die Literatur des 19. Jahrhunderts guckt, ja, französische Revolution, Dantons Tod und so weiter. Also wir haben jetzt viel auf einmal, aber gibt es so eine Messung, auch jetzt diese drei Zentren im Vergleich? Hast du da was im Kopf, zufällig? Naja, schon das, was ich sage. Also die Feldstärke des reinen Magnetfeldes ist tatsächlich das stärkste von allen Feldern. Ich würde jetzt sagen, kommt doch darauf an, wie stark es aktiviert ist. Ja, aber per se ist das Herz einfach schon so stark. Das ist einfach so messbar. Okay, ich akzeptiere das jetzt. Ja, genau. Also man merkt dann Unterschiede natürlich, so wie du auch bei dir selber merkst oder unsere Sprache eben. Woran erkennen wir, dass das Herz aufgeht? Es wird mir warm ums Herz oder wird mein Herz weit? Das sind dann persönliche Empfindungen. Und dann ändert sich das Feld. Aber die Feldstärke alleine ist schon mal sehr stark. Das ist immer noch das Stärkste. Also ich will es gar nicht anzweifeln. Ich gucke jetzt nur auch auf die Titel der Filme, die du gemacht hast oder die durch dich entstanden sind und die auch ja bei Panther Ray zu sehen sind. Das menschliche Manifest, die Freiheit ist einer davon von 2021. Das ist der aktuellste jetzt. Aber es gibt auch einen sehr interessanten Titel. Erinnerungen an den Traum des Herzens 2014. Und das klingt wirklich sehr danach. Da finde ich, könnte man jetzt nochmal gemeinsam hinschauen. Was ist das für ein Film? Es ist einer der berührendsten Filme, die ich gemacht habe, weil es eben um das Herz geht. Und ich versuche, den Menschen sozusagen zu erinnern an den Traum des Herzens. Wir haben alle möglichen Konzepte in unserem Kopf, wie wir sein müssen, warum wir so sein müssen, warum Gesellschaft so sein muss und so weiter. Aber das Herz denkt völlig anders. Das Herz hat was mit Verbindung zu tun, mit Heilung zu tun und mit Öffnung und Ausgleich. Und die Frage ist, schaffen wir es, das Herz wieder in unsere Gesellschaft hineinzubringen? Wir leben in einer Zeit, wo ganz viel Spaltung geschieht, die auch teilweise gefördert wird. Und das Herz kann das wieder verbinden. Und der Film führt also Menschen dahin, warum ist denn das Herz wichtig? Warum, wenn du sagst, wir können ja die drei Zentren sozusagen nehmen und die Realität betrachten. Wenn wir uns einen beliebigen Menschen vorstellen und wir schauen den vom Kopf her an, sagen wir also, der Ingenieur, was der sich ausdenkt, das ist so genial, da ist aber jetzt nicht Liebe im Spiel. Oder eben, wenn ich es aus dem Basiszentrum anschaue oder aus dem Becken, dann sage ich, ist egal, was der sagt, wenn er den Mund aufmacht, aber wie der sich bewegt oder wie sie sich bewegt. Das ist ja auch ein Blick auf die Realität. Und das Herz ist einfach, ich liebe ihn oder sie, ich liebe die Schönheit, ich liebe jede Bewegung, jedes Wort. Einfach, ich erkenne das Schöne, was dieser Mensch hat, was man manchmal selber an sich gar nicht sieht. Und woran ich aber eben Menschen erinnern möchte, du hast Schönheit in dir, das Universum ist schön, vertrau darauf und bau das Leben so, dass die Schönheit wieder Platz hat. Und dass die Schönheit auch in die Welt kommt, weil das brauchen wir ganz dringend, dass die Menschen wieder Ideen haben, Visionen haben, Träume. Und es gab irgendeinen Politiker, der hat mal gesagt, wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Und das ist ja ziemlich gruselig eigentlich von dem Ansatz, während ich sage, nee, du hast Träume, dann folge diesen Träumen und versuche sie umzusetzen. Also in der Unternehmenskultur ist doch die Vision, damit zu arbeiten, dahin zu wollen, alle Zahlen und Aktionen darauf auszurichten, ist ja gang und gäbe. Also wir haben es ja schon in der Gesellschaft. Aber man muss aufpassen, dass man keine hohle Vision macht, sondern dass es eine Vision ist von Zusammenhalt. Nicht, wie mache ich jetzt mehr Gewinne für meine Aktionäre, sondern wie bringe ich einen Mehrwert für die Gesellschaft oder für das Zusammenleben. Ich will jetzt nicht pathetisch sein, aber ich schließe unser Gespräch jetzt erst mal mit der Brücke, dass, um dahin zu kommen, es bestimmt helfen würde, man könnte sich dem Fluss des Lebens hingeben. Und damit wären wir bei Pantarei, also dem altgriechischen Pantarei, alles fließt. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank, lieber Andreas Beutel, dafür, dass du hier warst bei Pantarei TV mit deinen Filmen, auf die ich auch schon teilweise sehr gespannt bin. Andere habe ich natürlich schon gesehen. Ich wünsche dir alles Gute, auch für dein Pythagoras-Institut und für die Kurse, die du gibst zum Thema Herzöffnung und Bewusstseinsbildung. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch schon ziemlich gespannt, was sich dahinter verbirgt. Danke fürs Kommen. Gerne. Und danke fürs Zuschauen zu Hause. Ich freue mich dann auf das nächste Gespräch. Alles Gute. Ich freue mich dann auf das nächste Gespräch.